Frohes neues Jahr wünsche ich euch und wünsche ich dir. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und hast eine gute Zeit gehabt, hast schön gefeiert und der Kader ist jetzt nicht ganz so groß. Und was ich noch hoffe, ist, dass du für 2020 schon gute Vorsätze hast. Ich habe welche, die möchte ich dir kurz erzählen, denn sie haben ein bisschen mit dir zu tun. Okay, ich habe in den letzten Monaten sehr viele Zelte abgebrochen und ich habe sehr viele Brücken eingerissen und dafür gesorgt, dass ich auch nicht mehr zurück kann. Der Grund ist, ich habe mich oft verzettelt, ich habe sehr viel Spaß gehabt, ich bin als Musiker viel unterwegs gewesen, ich bin europaweit gereist, ich habe mit richtig guten Musikern zu tun gehabt, alles schön und gut. Aber es war nicht meins. Die Leute sind nicht meinetwegen dahin gekommen und ich habe meine eigenen Songs und meine eigenen Dinge nicht nach vorne getragen. Und das hat mit Sicherheit auch ganz viel mit zu geringem Selbstbewusstsein zu tun. Ist ja auch logisch. Du hast Angst, dass es scheitert, also suchst du ganz viele Möglichkeiten, erst mal was anderes zu machen, weil das wichtiger ist. Das hat mich sehr, sehr geprägt und es sind einige Dinge passiert in 2019, die sich so im Herbst so zugespitzt haben, dass ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss, geht nicht mehr. Ich möchte unbedingt Herrn Steinwede zu dir bringen. Ich möchte gerne in deine Welt, ich möchte dich in meine Welt holen. Und ich habe mir natürlich überlegt, wie ich das am besten machen kann, denn ich weiß nicht, Musik und Kunst, das ist ja weder eine richtige Dienstleistung noch ein richtiges Produkt. Also ich kann dir jetzt gar nichts verkaufen im Sinne, du suchst das, das hier ist das beste Produkt, das kannst du haben, sondern wir müssen irgendeinen Weg zueinander finden. Und ich habe mir halt überlegt, wie mache ich das? Und der Versuchsballon, den ich heute starten möchte, ist der, dass ich auf meiner Website, die seit heute online ist, zuerst mal viel darüber schreibe, was mir so passiert ist im Leben, die Lehren, die ich da ausgezogen habe, was man tun kann, wenn man mal auf die Fresse gefallen ist, warum ich in der Musik dieses und jenes gut finde und dieses und jenes nicht. Ich möchte dich sehr gerne und sehr herzlich einladen, mich zu begleiten, wenn der große Vorsatz, den ich für 2020 habe, hoffentlich in Erfüllung geht. Ich möchte nämlich im November mein Album veröffentlichen. Also Herr Steinwede soll im November einfach als Album da sein, veröffentlicht sein. Und natürlich möchte ich mit sehr guten Musikern dann auch losgehen auf die Bühne und spielen. Ich werde also das Drumset verlassen, werde nach vorne gehen auf die Bühne. Ich habe da vor drei Jahren schon mal einen Versuch gestartet und ich glaube, die, nennen wir es mal positiv, Verzweiflung oder der Grad von Selbstbewusstsein oder von Entschlussfähigkeit, wie immer man das nennen will, der war da noch nicht da. Und ich habe mich wieder ablenken lassen. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit in andere Projekte gesteckt, was auch gut ist unterm Strich. Aber damit ist jetzt weitestgehend Schluss. Herr Steinwede hat zwei Dinge. Das ist einmal die Musik, seine Songs. Ich möchte also meine Songs unbedingt endlich produzieren. Ich möchte, dass das schön fett ist und geil und ausgegoren. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Leuten, die ich bereits um mich gescharrt habe. Und ich habe ja noch eine unternehmerische Seite, wie einige von euch vielleicht wissen. Das ist in beiden Fällen eher durch Zufall entstanden und inzwischen aber so weit fortgeschritten. Ich habe Spaß daran gefunden. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der letzten Zeit und das werde ich auch vorantreiben. Das ist einmal der 420 Store. Das ist ein Concept Store, dessen Konzept sich eigentlich mit Herrn Steinwede deckt. Denn es geht darum, ich muss es richtig gut finden und dann hat es eine Chance, da reinzukommen. Und im Moment sind eigene Produkte da drin. Ich habe ja ein Music Label. Da sind die CDs von The Magic of Santana erschienen und die werden über die 420 Store verkauft. Und klar, da musste ich auch erst mal lernen, wie setzt man so einen Shop auf und wie macht man denn die Anzeigen und so weiter. Und das hat sich so verselbstständigt und ich habe Spaß daran gefunden. Und ich bin immer auf der Suche nach coolen Produkten oder coolen Leuten, die irgendwie was machen, was die Welt verbessert. Und das wird also auch wachsen. Und dann habe ich natürlich noch die Marke 040. Die Kenner unter euch wissen ja schon Bescheid, was es damit auf sich hat. Und da war leider auch aufgrund unglücklicher Umstände ein bisschen Sendepause. Aber wir sind wieder da. Und da wird es in 2020 sehr, sehr viel mehr geben. Im Moment ist gerade der 040 Store am Entstehen, der hoffentlich nächste Woche, aber auf jeden Fall noch im Januar fertig wird. Und ja, damit habe ich genug zu tun. Damit habe ich wirklich genug zu tun. Ich lade dich sehr herzlich ein, mich zu begleiten. Wenn das, was ich so mache, was ich auf dem Kerbholz habe und wenn meine Denke dir gefällt, kommen wir vielleicht zusammen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dann, was weiß ich, auf YouTube halt subscribes und wenn du immer mal wieder reinguckst. Und wenn wir uns dann hoffentlich spätestens im November zum Release meines Albums dann auch sehen. So, das zu mir. Jetzt kommen wir noch zu dir. Wie schon gesagt, ich hoffe, du hast gute Vorsätze gefasst. Falls nicht, bedenke, dass du dich von deinem Ziel jedes Mal weiter entfernst, wenn du das Wort irgendwann benutzt. Und du hast garantiert zwei, drei Sachen, von denen du immer wieder sagst, irgendwann mache ich die nochmal. Und ich möchte dich bitten, streich dieses Wort irgendwann und ersetze es durch jetzt. Jetzt wolltest du immer schon mal eine Reise nach Indien machen. Dann setz dich jetzt hin, schreib für dich mal auf, warum du das eigentlich machen willst, warum das für dich wichtig ist. Und ich kann dir garantieren, du wirst irgendwann so einen Klick hinten merken, der einen Schalter umschlägt, der dir sagt, hey, ich muss es machen. Es wird höchste Zeit. Und dann kannst du dich hinsetzen und dir überlegen, okay, wie mache ich das, wann mache ich das, fang an das zu planen. Nur so hat in meinen Augen einen Vorsatz wirklich Inhalt und so ergibt er Sinn, weil du dich wirklich ransetzt und überlegst, wie mache ich das. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich kann jetzt natürlich den Beweis, dass es geklappt hat, noch nicht führen. Ich weiß aber, dass mein Gefühl zu den Vorsätzen, die ich vorher gemacht habe, plötzlich ein ganz anderes ist. Es ist viel tiefer, viel intensiver und für mich viel klarer, dass das so passieren muss. Also diese ganze Geschichte mit, ich mache Sport, ich ernähre mich besser, ich trinke weniger. Das ist alles schön und gut, aber es ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig wichtig. Es sei denn, du willst ein Top-Leistungssportler werden. Dann solltest du jetzt aber auch alles stehen und liegen lassen und anfangen zu trainieren. Finde das raus, was du wirklich gut kannst, was dich tief berührt und worin du gut bist. Und vor allem, woran du richtig Spaß hast, was richtig geil für dich ist. Und mach es heute. Mach es heute. Lass mal das Rest des Saufen sein. Koch dir lieber eine Kanne Kaffee, nimm dir ein schönes, großes Stück Blatt Papier. Nimm dir einen Stift, setz dich hin und kreise einfach mal, was sind die Dinge, bei denen ich schon immer gesagt habe, irgendwann setze ich das mal um. Das ist so der erste Schritt. Und ich hoffe, du kannst dann gute Vorsätze fassen und ich hoffe, du kannst diese Vorsätze umsetzen und hast noch eine Menge Spaß. In diesem Sinne, meine Website, Herr Steinwede, das schreibst du in einem Wort, den Punkt setzt du vor das DE von Herrn Steinwede. Und da mache ich mich gleich an die Arbeit und schreibe meinen ersten Blogbeitrag. Und dann wollen wir mal schauen, was passiert. Wir sehen uns. Wir sehen uns.